Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Darkness 2. Ja, ich muss mich entschuldigen, dass so lange ich es kam. Das liegt einfach daran, dass es mir auch nicht so gut geht mit... Ja, ich bin ein bisschen krank. Vielleicht hört man es an der Stimme auch. Ja, ich hatte jetzt noch Praktikum und sowas und das war einfach ein bisschen stressig und ich hatte kaum Zeit dafür, leider aufzunehmen. Es tut mir sehr leid und halt doch mal die Fresse da drüben, Mann! Okay. Glaubst du, ich kann dich nicht sehen? Niemand versteckt sich vor dir. Hör nicht auf sie. Sie erzählen mir nichts. Ja, ich muss die Sonne meiden. Ich sollte sterben, bevor ich erwache. Grillt mein beschissenes Herz am Spieß, wie du wünschst. Ich glaube, solange ich diesen Kreis um mich herum habe, bin ich erstmal in der Dunkelheit und ich bin so gut wie unsichtbar für die Gegner. Mach die Augen auf, dann verstehst du, warum es so verdammt wehtut. Entspann dich, du bist. Du tust weh. Ich muss natürlich versuchen, das Licht irgendwie dann auszuschalten und versuchen, hier durchzukommen, so Assassin's Creed-like, ohne entdeckt zu werden. Und soweit ich weiß, gibt es ja irgendwo, äh, Lüftungsschicht oder so, wo ich, äh, durchkrabbeln kann. Huch! Oh, hier kann ich, glaube ich, rein. Wenn du mich hörst, kann ich dich aufhören. Und zack. Hui, Achterbahn. Gutschön. Oh ja. Genau, hier sind die Kalendationen. Tapir wär jetzt auch lustig. Ich kann es kaum erwarten, die Finsternis zu schmecken. Ich laber eine ganze Zeit, Alter. Ich hab ja versprochen, dass wir alle aus dem Gerad trinken. Halt dich so weit vom Licht weg wie möglich. Ja, weiß ich. Ja, da liegt schon mal Munition, ist gut zu wissen. Was war das? Ja, nur ein Gehörer. Ich hab was gehört. Ich bin's, Drottel. Ich fühl einen. Wo ist der hin? Wow. Weiche von mir. Ich erkenne dieses Garage. Warum siehst du mich? Ah! Kuckuckuck. Ne, du siehst jetzt gar nichts mehr, Digga. Was ist da los? Und... Don't see anyone. Wo ist der? Glaub nicht, dass du entkommen kannst. Seid ihr? Ah! Wupp! Tsch! Von hinten an Greif ist viel lustiger. Ich versuch mal mit dem nächsten Gegner. da und er sollte man 2 nicht das ist schon noch richtig tisch mit sie machen können mit dem das stört so schon lustiger gewesen was auch lustig Nja! Wetter ran? Hui! ich glaube man muss hier nachher mit jack auch noch durch letzten zerstören ach so okay ich verstehe es ist so ein blinken war war ja was so ein bisschen da bist du wieso haben die nicht so weit oben sie ist fast durch jacky fast geschafft ist was der guter durch der weg zu jacky easy gut gerichtet da und sie erneut worden ja don't see anyone so sagt man das heutzutage ich spüre dich die kleinen lichter tun auch weh es gibt nur eine eine ganz allein die unheilige einzigartigkeit die finsternis die essenz der finsternis gehört uns mh tschüss dir auf jeden fall nicht mehr ähm du hast mich nicht gesehen ok ok da ist etwas finster also ich glaub nicht war gar komisch für dich angreifender wahrscheinlich zu weit weg ich bin da hoch ich bin doch hier grad irgendwo blättern oder ja hier kann ich hochblättern tschüss ich halte es nicht mehr aus ich muss sie in mir spüren jetzt fast geschafft tschüss deine vorhau dir egal nicht zurück oder Jani brennt für immer! Ja, wir haken die Finsternis und die Macht des Grails ist vollkommen! Nein! Gib sie mir zurück! Deine Zeit mit der Finsternis ist vorbei. Du hattest deine Chance. Und wie alle Estakados vor dir hast du versagt. Seine Mama hat versagt, ist dann auf dem Bett. Verdun! Tsch! Verbrennt ihn, damit die Finsternis nicht in den Wirt zurückkehren kann. Macht es schmerzhaft und langsam. Ne, 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 es ist Zeit für dich zu sterben, Tsch! 枚gress. B 66 00. Aufmerksamkeit. B Du bist so, wenn ich jetzt ausschalte, so weniger muss ich später ausschalten. Aua, 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 lass mich doch mal ein bisschen lauuffeennn! Oh fuck! Goddammit! NIEMEND ENTKOMMT DER BRUDERSCHAFT! Woah, alter! Warte, auch mal hier Shining, Shining, Shining Star zu machen, wow! Lasset! Darf ich mal? Vorbei und sorry, entschuldigung! Glaubst du, du kannst dich vor mir verstecken? Ne, ich greif dich eigentlich an! Hallo, ich will dich ankuchen! KUKUKUKU! Say good bye, 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 bye! Auf jetzt hier durch, bitte! Geflogen! NIEMENDE NIEMENDE Nenenenanaana! Woofuu! Ta-da-da! Woofuu! Und bye-bye! Mein Herz? ja hat die Finsternis im Gral normal wir müssen die Finsternis befreien oder wir verpissen uns nach Vegas und lassen die Sau raus Eckchen wir sind frei Boah yo Vegas ist ja geil die Finsternis da drin gefangen ist ist doch Jenny gefangen warum kommst du hier rum auf das Licht aber ich hab keine Wahl ich muss die Finsternis retten na die Freiheit war lustig so lange sie angeht ja war sie wohl